Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier auf meinem Kanal Mr. Manstrans. Ich bin's, der Freddy und habe für euch jetzt noch einmal ein neues Hairstyling Tutorial Video gemacht. Ich habe mir vor einer Woche, gut einer Woche glaube ich, war das beim Friseur wieder einen neuen Schnitt verpassen lassen. Ich habe an den Seiten derzeit ca. 7 mm von der Länge und oben sind es knapp 6 bis 8 cm von der Länge her. Ich nehme euch jetzt kurz mit ins Badezimmer, was ihr ja schon kennt und zeige euch da, wie ihr wirklich innerhalb von 2-3 Minuten die Frisur so hinbekommt, wie sie jetzt ist. Ihr braucht einfach nur die Haare vorher waschen. Ihr filmt euch dann schon so in die Form, wie ihr es stylen möchtet. Zeige ich euch aber und dann nutze ich das Produkt zum Stylen von Paul Mitchell. Das ist so ein Wax, mit dem ich echt gut klarkomme und zum Fixieren nehme ich einfach von Schwarzkopf das 3-Wetter-Thaft-Haarlack-Spray. Ich wünsche euch viel Spaß, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und mal einen Kommentar unter dem Video, was ihr von dem Schnitt und von dem Styling haltet, wie ich ihn jetzt habe. Und ja, sagt Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Video und bis zum nächsten Mal. Tschaußen! Tschaußen! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018